Herzlich Willkommen zurück zu Dead Space Hier ist wieder euer Trekkie Alien Is Lations kommt später Jetzt spielen wir erstmal Dead Space Diesmal ohne Facecam Das ist echt heftig hier Da wird's gerockt hier Öffnen wir das Türchen mal Was gibt's hier Neues? Jetzt haben wir wieder ein paar Ruckler drin Ich weiß nicht, das Aufnahmeprogramm macht ja irgendwie Zeitprobleme Aber ich denke, das bekommen wir schon wieder hin Aber das erste Mal Trick Updaten Wenn's geht So, Hammer Dann lassen wir das hier mal Oh, das war jetzt aber knapp Das war knapp in der Hosen Wow, wow, wow Jetzt spielen sie auf Mittel Jetzt werde ich mich erinnern Das ist natürlich das ganze Bisschen interessanter Nichts für schwache Nerven Da ist er, kriegst du mich? Ich bin's Kendra Sie haben mich angegriffen Ich rannte um mein Leben Und Hammond? Er verschwand einfach Kendra? Wo sind sie? Schön, dass sie quick lebendig sind, Hammond Ich hab mich im Serverraum verbarrikadiert Ich kann hören, wie sie sich draußen bewegen Ich glaube, sie wissen nicht, dass ich hier drin bin Ich kann mich von hier aus in alles einloggen Ich hab mich ins Rootverzeichnis gehackt Und einige Berichte aus der Kolonie gefunden Schon bevor wir den Planeten angebrot haben Verbreitete sich die Begeistesschwäche unter den Kolonisten Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen Das wir auf dem Planeten gefunden haben Und das sie Marker nennen Ich werde mich weiter umsehen Ich weiß, wo du bist Und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer Okay Spare mich mal kurz Ah Wahnsinn Ich bin ja nebenbei Alien Isolations Das passt genau Ein bisschen ballern Und ein bisschen schleichen Und wegrennen Das hat schon was So Jetzt haben wir hier Ein Warnzeichen Oder hat uns zerfetzt Da ist wohl ein Alien Monster Zuvor gekommen Wir ziehen uns hier mal ein bisschen um Hey Yo Was ist los Ist wohl ein bisschen kaputt gegangen Wo hast du nochmal Ja genau Gehe ich auch durch Da müssen wir nicht durch Ah Richtig mal durchstampfen hier Ja da müssen wir auch Ja da müssen wir auch Kontrollraum Okay Da müssen wir auch Der Space Cowboy Ich hab den Sound auf volle Pulle Ich hab den Sound auf volle Pulle So wie es richtig ist Dass ihr euch Dass ihr auch ein bisschen was hört hier So soll's sein Tritt Wagen Mein Tritt Schwerelosigkeit Ende der Schwerelosigkeit Tritt Schwerelosigkeit Okay ich hab's verstanden Ich hab's hier Mal schauen wo es lang geht Mal schauen wo es lang geht Ich hab's hier Ich hoffe, ich fliege ja nicht aus dem Weltraum Das will jetzt nicht so prima Oh oh Hey! Na komm jetzt! Ich bin deine Clubbe hier Guck mal, was ist denn die jetzt hier? Macht da wieder voll Sinn Und gute Nacht, schlaf gut Ah ja Ist er selber schuld? Viel Spaß im Weltraum Ich hab meinen Kaffee So Ja, ich weiß Nö, echt Der Merk war nicht aufgefallen So, schwuppdiwupp Wir fliegen mal hier rüber Wie ein Cowboy Oh, irgendwas ist ja falsch gemacht Ich denk's nicht Ah, jetzt ja Ende der Schwerelosigkeit Ah, das klingt doch super Fuck Hau ab hier Oh, jetzt schnell Ende des Vakuums Als was Da haben wir Glück Ah, sonst wär's in die Hosen gegangen Muss wir hin? Ok, da ok Der Grusel Jetzt kleine Gruselfaktum Was soll denn der Scheiss jetzt? Müssen wir ja wieder durch Entritt Schwerelosigkeit Was wollen wir denn scheiß jetzt hier? Mach mal vorne Sehr schön für dich Das ist ja wunderbar Ende der Schwerelosigkeit Ende des Vakums Ich hoffe es sind ja Wir haben halt die Schnauze hier Sorry Ich bin hier wieder ganz nett Hier werden sie ja weggeschluckt Wie die Viecher Das ist ja brutal Das ist ja richtig geil Das kann so wichtighaut sein WTF Das schlägt mich nicht so Alter Mann Ich bin mir hier auf Nummer sicher So jetzt können wir es aber nehmen oder? Aber wieso geht die Stasi jetzt nicht hier Mit die Pack Inventar ist voll Okay wo können wir uns in die Gitarre rein? So geht's Inventar Let's Hatte Inventar Wunderbar Ach jetzt klappt es hier Wunderbar Das dürfte genügen Wunderbar Scheiße Wunderbar Was ist denn Was ich glaube Aha Kann ich hier irgendwie nicht drinnen? Ah lauter Schleim hier Ah lauter Schleim hier Lauter Schleim hier Ah lauter Schleim hier Der ist bestimmt irgendwo hier, oder? Das ist ja auch nicht nichts Gutes, ich höre es schon! Geht hier alles? Wunderschön! Geht hier auch lieber noch, damit ich höre schon wieder irgendwas Hört sich nicht zu fahren Jetzt werden wir noch kurz safen So, mittler, seht ihr es ja? Mittler der Stufe Sooo Dead Space Öffnen wir, sie ist ja öffne ich Wunderbar Weggebombt! Wunderschön! 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 Shit, die Viecher! Komm jetzt! Wunderschön! Ja! Wunderbar, hilft nix, das war sowieso klar, ich kann ja nächstes mal den wir unten hier schön Kanister, wo schön explodieren, dann jagen wir das ganze in die Luft. Oh! 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 Das war's für heute. Ja, komm. Na, einen können wir ein bisschen. Da ist vertretbar, einer. So, jetzt gehen wir hier nochmal schnell rein. Ein bisschen kleines Midi-Pack. Hat benutzt. Ah, sorry. Kleine Midi-Pack. Ach, sieht immer aus wie ein Midi-Pack hier. Luft, Luft. Stasi-Pack. Da haben wir wohl nix mehr. Müssen wir uns nachher schnell eins holen. Ja, ist ja auch toll. Ist ja schwanger geworden. Und wir haben ihn erlöst. Wunderschön. Wunderschön. Jetzt zahlen wir mal schnell Munition auf. Dann kann es auch weiter gehen. Da waren wir. Rrrrrr. Hier noch. Flackert das Lichtchen schön. Ah. What the fuck? Zündungssequenz eingeleitet. Woah. Bitte warten. No! Nein! No! 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 Ah! war das nicht gewischt hier mein gott die steuerung dann spiel mir es noch einmal, weil es so schön ist so noch einmal noch einmal noch einmal noch einmal oh und wie soll das und die und die zu Glorie Na komm Und? Tschüss Hahahaha Krass Hahahaha Boom 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 I get it in my room So Wollen wir hier das zünden Den wir nochmal nachloaden Wollen wir nochmal drauf gehen Das ist ja alles voll Ihr wisst mal wo das Teil ist Oh Schusshammer Loaden wir da nochmal Nochmal Bing 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 Loaden wir nochmal nach Sehr schön Wollen wir das jetzt nochmal hier Zip Na ja ist jetzt nicht gerade viel Soll ich dann auch gleich frühstücken Übrigens schöne Weihnachten noch Wünsche ich euch Ja Und Schöne Feier Oh was haben wir hier Okay Dann mal zwei Okay Ich hoffe wir können jetzt loslegen Zündungssequenz eingeleitet Zündungssequenz eingeleitet Zündungssequenz 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 Na ja! Na komm! Wir schaffen es! Jetzt komm schon! Komm! Yes! Komm! Wow 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 Okay Ja, das ist auch jetzt egal! Ja, ist auch jetzt egal! Ich glaube wir müssen hier verschwinden! Es funktioniert! Wir sind online und funktionstüchtig! Endlich ein paar gute Neuigkeiten! Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac! Ich bringe uns zurück in einem Geostadtgebäden! Warte, warte! Wir sind noch nicht in Wäsche! Das Aboidenabwehrsystem des Schiffes ist offline! Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen! Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in tausend Stücke verraten! Verdammt! Ich werde von hier aus daran arbeiten! Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke! Sie können hier mehr erreichen als ich! Isaac! Isaac! Jack! Wie bist du? Ich bin es! Also wie könnte es sein! Ich bin da! Da, wo du nicht bist, meine Liebe! Okay? Nein gerne! Nein! Nein! ошиб Größer! Jetzt gehen wir hier... Wir legen das jetzt schnell ab Ein paar Sachen... Safe Oder was haben wir hier? Okay Inventar, okay Per Eingaube Aber das würde ich jetzt gerne... Per Inventar... Okay, das habe ich jetzt Wertvolle elektronisch den Komponenten im Shop verkaufen Oder in Credits Fauen wir jetzt mal ein Safe rein Ein Safe Das haben wir jetzt in Safe So So Ich glaube noch Wir haben hier ein Inventar Ein bisschen mehr Platz So Bin Alles klar Halt abspeichern noch Ich speicher gerne Dann würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Let's Play Dead Space Bis